Gut. Hi. Ich konnte mir selbst helfen. Kann ich auch mal eine Bauer aufbauen oder so, als in solchen Fällen? Das ist absichtlich so. Oh, sehr schön. Was auch immer wir machen müssen. Ja, du machst das schon. Ja, ich mach das gerade. Keine Sorge. Ich will so in Ruhe mit mir trinken, ja? Ja, mach das mal. Nur Intelligenzbrötchen. Ich unter Intelligenzbrötchen, ja. Ich weiß ja, was ich machen muss. Deswegen, ja. Ich will nur bloß einen Anhang. Gut gemacht. Wait. Wait a moment. Das wäre so ein bisschen dumm. Das realisiere ich gerade. Aber Chunk, hey. Weißt du? Das ist ja ein Teamspiel, ne? Oh, 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 oh. Na, ich gebe doch weiter. Danke. Hey, könnte ich jetzt den Blur für hier drauflegen. Du könntest den Blur für hier drauflegen. Das war mehr ungewollt als gewollt. Jetzt könnte man die Scheiße so machen, dass wir direkt dort reingeschleudert werden. Ah, wie kriegt das? Sehr schön. Siehst du? Endlich denkt er mal mit. Ja, der Trainer muss es ja hier machen. Danke, Chunk. Schön, dass du so weit mit gedacht hast. Ja, ich dachte, du hast ja einer Portale schon mal... Achso, du hast meine Portale aufgehoben. Du Helden! Ja, weh! Mach die Portale, Tor Trey. Hab ich schon gemacht, keine Sorge. Komm. Geht doch. Jetzt komm, mein Fuß. Du musst jetzt eben weggehen. Der ist doch bestimmt ein Portale. Wusste ich doch. Dankeschön. Wie süß. Bis ihr, der nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufführt. Menschen, und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Mehr steckt in uns. Weiß sie. Aktuell... Wirklich, also... Früher, muss ich sagen. Waren die Rätsel deutlich schwerer. Da war ich noch jung. Und noch kein Student. Oh. Ja, ich hatte das Projekt einmal gesehen gehabt. Das war damals bei DK und Emero. Also kennst du's ja doch. Selbst ich hatte einen Markle und gab mir zu viel Mitgefühl für mich. Zehn Jahre her? Aber ich habe mein Handicap überwunden. Warte mal, das Scheißspiel ist schon so alt? Das Spiel ist sau alt. Okay, gut. Ich habe mich von dort aus lang schleudern lassen. Die Frage ist noch, wo ist der Anfang zum schleudern? Ich habe schon gewandert. Juhuui. Ja. Fick dich! Was? du hast mein portal überschrieben gemacht so warte jetzt lass mich bitte habe ich nämlich das ganz sinnvoll ist erschaffen dankeschön so jetzt bin ich dort wo der würfel hin soll jetzt kriegst du noch den würfel das ist die andere geschichte warte mal dort oben soll irgendwann ein würfel runterkommen ich sehe dort zwei ausgabeformen sehr schön wie du das machst ich sehe hier unten und hin und her okay mach du mal da mach du mal da mir sicher du erzielst irgendwann etwas wichtiges damit ich habe ich bin stolz auf dich schank frage mich gerade wirklich wo der drecks würfel her also normalerweise würde ich irgendwie von da hinten ausgehen warte ich glaube ich habe die idee ich habe die idee das ist noch nicht so die zeit zu machen was hast du noch nicht ich habe noch nicht so die zeit um wirklich nachzudenken also beziehungsweise es ist nicht mal die zeit für mich zu denken ja ich bin gerade am gucken ob da vielleicht was ist aber anscheinend nicht also jetzt gedacht dass eventuell wenn ich hier vorbeifliege da was sehe aber irgendwie nicht okay siehst du schon haben wir uns über das spiel lustig gemacht ja wie gesagt da hinten drüben sind ja diese ausgangsteile also die von dem wir gekommen sind und da wo wir rein müssen hier also sein hier muss man hin ja aber wo ist der dreckswürfel wo wir sehen jetzt gerade ganz ob wir es den schalter ich meine irgendwo ist hier wirklich ein würfel oder ja er muss ja irgendwo ein würfel sein also da ja ich weiß auch wo der schalter dafür ist da oben da ja genau der ich weiß auch schon wie wir hinkommen du auch ja ja schank gehst du rüber willst du mich schleudern oder was nein du musst den anderen wegnehmen wo gehe ich hier lang ach hier kommen wir ja durch ja ja dann schleuderst du dich gleich selbst dann ja erstmal muss ich hier hoch aah scheiße wer da ist die stadt mit dem portal dinge hatte er ist recht sehr schön wer bereit so jetzt weiß ich auch wieder wie das hier genau ging ach Gott ähm ja fick dich würfel fick dich brauchst du neun? nein so ich komme mit würfel rüber du könntest ja du könntest die würfel auch nur überschleudern lassen ja Portale ich weiß ist ja immer wieder zu fein dafür ja gut dann halt zum Weibbruch vertrauen wir mal ja ja gut in Ordnung sehr schön Hacke rein und tschüss dann bis gleich wieder ich ich komme dann sofort ne warte bitte auf mich komm schon komm 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 mhm in Ordnung Schank Schank jetzt mal wurde der Finger ausgerutscht könntest du bitte aufhören Portale zu machen aber das Spiel heißt Portal 2 da gehört 2 dazu die Portale machen auch fehlt lasst mich jetzt sie gibt aber gar nicht lange dauert gut es bestimmt sehr sinnvoll in dem ich einfach hier drauf renne Oh Oh Sehr gut Ähm Kann das sein? Essie Alles läuft wunderbar Fick dich Gut Ich glaub das sollte ungefähr so laufen Schrank Timing Was? Timing Schrank Timing Der sagt mir aber, weil ich klopfen muss Ein bisschen später als jetzt Okay Da ist doch noch später Also wenn er an den Punkt bistrückig, so Wow Muss noch facken Ja, wo ist er denn? Ja 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 Sehr gut Schrank Großartig Mach das super Ich kann ja auch so viele Anders machen gerade Anders machen gerade Soll ich es auch probieren? Bitte springen Okay, gut Ich würde gerne aufhören zu springen, warte Ich da rüber Warte Mach's mal so In Ordnung Gut dann machst du deine Portale bitte Keine tödlichen Konsequenzen Ist das überhaupt noch wissenschaftlich? Portale? Wo Portale? Wir müssen doch bloß hin und her springen Da ein Portal und da ein Portal Dann fängst du an zu springen Lass den Wirbel los Los springen Ja, vergiss den Delay von dem scheiß Ding nicht Ja, doch das meinte ich Okay, ein bisschen früher Später So Okay Drücke jetzt Gut so Gut warte Wenn du dort nicht drücke Wann kommt der an? Zu früh Merkste was? Mhm Drück den Klopf jetzt Hatte ich vor mein Lieber Gut so Das ist Schluss und eine Timing-Fache Passt Das ist ein übelste Scheißding Weißt du das eigentlich? Siehst du? Ich hab doch gesagt, sie kriegen es hin, wenn ich das Hilfe ist, musst du nur noch stehen bleiben Schank? Ja Gut Großartig, wie das hinbekommen hat Ich bin stolz auf dich Glückwunsch zum Abschluss des Tests Doch irgendetwas stimmt nicht Was denn? Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Super, super machst du das Tschau 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 Ahaha Warte auf ihren Partner Aber es ist schon irgendwo ein Ticken anstrengend die ganze Scheiße, ja Ja Timing Ja Ja Jetzt wo du das Spiel auch ehrlich begriffen, hast du auch noch das endlich mal hinbekommen Mhm, das stimmt Bestimmt Chunk Sicherlich Ja Mensch Was würde ich nur ohne dich tun, ohne dass du mir immer alles erklärst, Chunk Also ich hab bei meinen Pokémon-Spielen nicht in meinen ersten frischen Gefahr geht sie so gleich in den ersten Folge gleich sterben lassen wieder Ja, ich weiß ja auch nicht, was da passiert ist Ich hab da irgendwie die Gleichung falsch berechnet, dann ist die Tangente nicht aufgegangen Und irgendwie Ihr seid wirklich viel zu langsam Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat Das war gut Ah ok, gut, ich seh's schon Wuii Au Au Sag mal Ich bin auch ein bisschen bescheuert, ne? Nein